Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Survival Games, wieder mit dem Patrick. Hallo. Hallo. Alles klärchen? Ja, ja. So, nachdem wir mal eine erfolgreiche Runde haben. Oh ja, oh ja, ich habe gutes Equip. Okay, hast du zwei Waffen, zufällig? Ja. Komm her. Okay, ich könnte eine gebrauchen. Komm her. Ja, so, hier. Achtung, da sind aber welche. Oh, danke, ich habe es aufgesammelt. Wir haben uns gedacht, wir gehen hier in dieses Ding rein. Weil die hat meistens ein paar Kisten und auch schon Gegner und so. Und, joa. Da ist ein Deer und zwei Eisen. Effizientes Equipment sammeln. Oh, hier kommen noch ein paar andere Leute zu Besuch. Da ist jemand. Mit Deer-Axt. Hab ich bekommen. Kriegst du den? Ja, den kriege ich. Essen. Da sind Pfeile. Moment, ich ruste mich kurz aus. Ich ruste mich auch kurz aus. Hast du Stick? Ich habe keine Sticks, ne. Leider nicht, aber ich habe eine Deer-Axt. Ich habe zwei Eisen. Ich habe eine Deer-Axt, eine bessere Hose, einen Helm und Schuhe. Mensch, ist das nicht ein Angebot hier. Dankeschön, hier. Kriegst du ihn gegen. Dann kriegst du auch direkt die zwei Eisen hier. Aber mit einer Axt kannst du besser arbeiten, ne? Hast du gesagt, oder? Äh, ja, aber die Sache ist halt die, mit Schwertern kann man blocken, zum einen. Also, wenn man mit Pfeilen abgeschossen wird und blockt, macht es weniger Schaden. Und ich habe einen Deer, wollte ich auch noch sagen. Oh. Und zudem kann man mit dem Schwert eben Spinnnetze schneller abbauen, deswegen ist es manchmal eben sinnvoll, ne Schwert zu haben. So, im Nahkampf an sich finde ich die Axt aber besser. Warte mal kurz, das ist eine verdeckte Piste. Das ist ein Bogen. Hast du einen Bogen? Ich habe einen Bogen, ja. Oh, kriegst du mal meine Pfeile, weil ich kann mit Bogen nicht arbeiten. Ne, ne, ich habe auch Pfeiler. Ich gebe dir die Hälfte wieder. Ja, gutes Geschäft. Du hast jetzt aber alle Bögen eingesammelt. Oh. Hier. Ups. Jetzt habe ich das Eisen weggeworfen. Ach, egal. Dann nimmt das zweite Eisen auch. Jo. Gut. Kann ich auch machen. Äh, wollen wir... Lieber nicht in die Mitte, oder? Da sind so viele Leute. Dann nehmen wir lieber den hier. Hier war nämlich gerade einer am Rand. Genau, da ist er. Ich komme. Unter den Bäumen übrigens immer sprinten und springen, ne? Wenn du es noch nicht wusstest. Okay. Dann bist du schneller. Okay, der wehrt sich nicht sonderlich. Ich glaube, der hat ein bisschen Angst vor uns. Gut. Aber der hat, äh, hier. Ah, ne. Die brauche ich theoretisch auch selbst, aber ist egal. Dankeschön. Ja, ich bin halt der Let's Player, ne? Ähm. Zack. Genau, du nimmst auf. Du kriegst das gute Zeug. Jawohl. Das wird da noch so natürlich der Fall sein, ne? Lust, lust. Ähm. Ich habe auch schon dich enttrackt. Sprich, wir könnten Richtung Gegner gehen. Gut, wir sind auch eigentlich relativ gut ausgerüstet. Was ist denn hier drin? Ja, passt auf jeden Fall. Von der Rüstung her könnte es noch ein bisschen besser werden. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja eigentlich Gold und Kettenhose. Das ist halt... Ja, das Leder steht mir halt nicht so gut, finde ich. Ach, hier steht alles. Eigentlich sehe ich ja immer gut aus, aber Leder muss ich wirklich an mir selbst bemängeln. Ja. Ah, da vorne ist er. Warte, warte. Bist du? Ja, hier. Hallo. Okay, hi. Dann gehen wir drauf. Fangen wir uns den mal an. Der hat Kettenrüstung ganz viel. Und der hat auch Kettenrüstung weggeworfen. Ich würde sagen, die nehme ich mir mal ganz kurz. Oh je, TNT. TNT. Warte. Genau, dafür ist das Schwert nämlich auch besser, um TNT zu blocken. Okay, da ist nichts besonders drin. Okay. Okay, er sneakt sich. Und er hat Spinnweben. Ist aber in der Ecke und kommt da so gut nicht mehr raus. Stark. Hä? Hast du den Kill gekriegt? Man. Ja. Ich habe mich noch an dir vorbeigemogelt. So. Okay, ich habe... Na, check, da brauchen wir. Oh, ich habe ein Eisenschwert. Oh. Hier. Das ist cool. Hier. Kriegst du mal die Sticks und so. Achso. Falls du die brauchst. Ähm. Ja, wir schaffen es wahrscheinlich nicht mehr in 20 Sekunden. Nee, das schaffen wir wahrscheinlich nicht. Weil man muss für ein Crafting Table hier auch noch hochschwimmen. Das wird nichts. Ich habe zwei Dias. Oh. Warte, ich gebe dir... Äh, wo bist du? Äh, lass dir. Behalt die, behalt die, behalt die erstmal. Na, ich hätte sonst dir die Sticks gegeben. Wir sind nur noch zu dritt. Wir sind eh zu dritt. Wir sind eh zu dritt. Achso, okay. Hier gibt es leider keinen Crafting Table auf der Map. Deswegen kannst du dir kein Diaschwert machen. Gut. Aber wenn der alleine ist, sollten wir den eigentlich kriegen. Der laggt auch ein bisschen. Ja, ich schneide den Weg ab. Oh. Nein! Alter! Oh, nee. Was? Schneide den Weg ab. Oh. Nein! Alter! Oh, nee. Was? Ähm. Wieso habe ich dich gekillt? Ich möchte an der Stelle anmerken, dass TNT hat dich getötet. Das hat mich nämlich auch auf zwei Herzen runtergemacht. GG! Okay. Sorry. Machen wir noch eine Runde. Bis gleich. So, weiter geht's. Zweite Runde, zweites Glück. Jo. Erste Runde ist gut für dich gelaufen. Mal sehen, wie die für mich läuft. Da, ich hab nichts. Gar nichts. Okay. Ich hab ein bisschen was bekommen, nur. Ah, schade. Ich geh noch ganz kurz ein Stückchen nach links, weil hier eine Kiste ist. Und komm dann in die abgemachte Richtung. Kommst du? Siehst du mich? Ja, ich seh dich. Gut. Aus der Kiste, hol mal schnell. So. Ja, da ist eine Rüstung drin. Äh, hier kommen dann ein paar andere Leute noch lang. Ich versuch die mal ein bisschen abzufangen hier. Ah, ich sollte nicht zu weit weg gehen wahrscheinlich. Ja, ja. Ich folge dir jetzt nämlich. Ähm. Ah, die sind beide fast down. Ich weiß nicht, auf wen ich gehen soll. Den hier. Komm schon. Ja. Der hatte nämlich eine schöne Hose. Dann müssen wir die mal weg gehen, weil da sind zu viele. Okay. Äh, ich hab leider immer noch keine Waffe. Ja, also ich. Gehen wir in unsere abgemachte Richtung, gucken mal, ob wir Kisten finden. Da warte, da oben ist eine. Ja, okay. Oh, ich hab ein Schwert. Okay, gut. Dann könnten wir uns eigentlich auch zu denen begeben, oder? Warte, warte kurz. Erst mal. Und dann gehen wir rüber. Vielleicht hab ich noch Rüstung für dich? Nee, leider nicht. Warte, ich guck mal selber. Nee, hab ich nicht. Okay, das ist auch ein Team. Die haben aber beide auch nicht so gute Rüstung. Also eigentlich so 50-50-Chancen würde ich uns ausrechnen. Ja. Wo ich als erstes drauf gehen werde. Ja, ich kann nicht leider nicht boosten. Ich bin ein bisschen zu weit weg. Ja, es... Wir sollten halt auch... Ich würde gerne neben die Kisten abgreifen. Okay. Wir nehmen den einen hier. Die haben sich getrennt. Das war jetzt nicht die beste Lösung. Du kannst auch in die Kisten schauen, theoretisch. Warte. Aber wollen wir den echt verfolgen ins Wasser? Dann nehmen wir lieber den anderen, oder? Einfach so überhaupt nicht. Warte. Warte, ich guck hier in die Kiste rein. Oh, da kommt noch einer. Ich habe nebenbei in die Kisten gerade reingeschaut. Ich kann den einen nicht hitten, irgendwie. Ich komme. Äh, hier sind ein Biestchen zu viele... Leute, ich bin tot. Scheiße. Ich hole deine Sachen. Jo, tu das. Äh, okay, alle rennen weg. Das war gerade ein Battle zwischen so vier Leuten. Und alle waren richtig... Hatten nur noch richtig wenig Leben. Achtung, es kommt einer von der Seite. Okay, der hat anscheinend nicht volle Leben. Stark. Alter. Ich guck mal hier. Ja, ich kann mich besser ausrüsten. Jo, das war's auch. So, ich habe einen Steinschwert. Guck mal, was wir alles haben. Sticks. Jo. Ich brauche eine bessere Brust. Ein Tracker habe ich auch noch. Da liegen noch Brote bei den Gleisen. Solltest du nicht verkommen lassen. Ich gucke mal hier in die Kiste rein. Nein, du sammelst jetzt erstmal die Brote ein. Ei, ei, Chef. Andere Richtung theoretisch, aber... Wobei, du kannst auch noch die Kisten da hinten looten, wenn da noch... Oh, da standest du noch eine bessere Brust. Perfekt. Äh, da oder wo? Chef. Äh, ja doch, rechts von dir müssen die Brote gleich liegen. Da, Brot! Ja, genau. Das war mir jetzt wichtig, dass du die einsammelst. In dem Fall habe ich sechs. Okay. Guck mal hier in die Kisten rein. So. Bebel schalten. Keine Ahnung, ob das was bringt. So, wo ist der Gegner? Da hinten. Okay. Auf dem... Oben drauf ist eine Kiste. Ich weiß gar nicht, wie man da hochkommt. Ist interessant. Der kommt auf mich zu. Das ist der von vorhin, den wir verfolgt haben. Der hat auch schon seinen Teammate verloren. So, komm. Ja. Knopf. Alle knapp daneben. Oh, scheiße. Drauf gehen. Ah, jetzt hat er die Pfeile eingesammelt. Ja, mit deiner Angel kannst du gar nichts. Ja, ja, ja. Oh, jetzt kommst du ran. Ein Hit. Gut. Perfekt. Ich versuch... Na, auf jeden Fall blocken. Gut. So. Das Leben auch nur noch sechs Spieler. Also, wenn du den erwischt, geht dann auch schon bald das Deathmatch los. Der ist nicht so gut equipped, sehe ich gerade. Und er hat nur einen Diahelm. Aber der wehrt sich... Der versucht auch gar nicht, sich zu wehren, irgendwie. Vielleicht ist er deswegen schon mit wenig Leben. Oh, ich hatte die ganze Zeit eine Diahachs gehabt. Als ich den einen da gekillt, hatte ich schon eine Diahachs gehabt. Okay. Oder? Keine Ahnung. Ein Rennfleck. Der macht das gut. Ob ich ihn weiter verfolgen soll? Ach, komm. Hab eh nichts mehr zu verlieren. So, wo ist er? Meistens enden solche Verfolgungsjagden dann darin, dass auf einmal noch einer dazu kommt, der einem selbst dann tötet und der verfolgte... Überlebt dann am Ende. Was mir häufig bei Endergames passiert ist, wenn ich einen weghauen will und dann kommt einfach... Also ich hab ein... Oh, oh, oh. Oh nein. Oh nein. Der hatte ein Eisenschwert. Scheiße. Naja. Er wird auch getötet. Oh, ich glaub ich... Dahinter kommt noch ein Team. Ich glaub ich war tot... Ich wär tot gewesen. Okay. Ja, äh... War eine ganz... Ordentlich Runde, schade, dass du so früh gestorben bist. Ja, aber ansonsten... Ja, war ein guter Part und wir sehen's dann bei mir nicht nur. Bis dann und ciao. Tschöön. Tschöön.